Junge, irgendwie ist gerade alles richtig delayed. Junge, er drückt einfach. Ich verstehe gerade nichts bei Calvin noch. Warum? Der andere bohrt mich. Und ich werde noch gecleanet, Junge, was ist das? Du und Hugh ist gerade übel voll, Calvin. Bist du tot, oder was? Jaja, direkt am Anfang. Wir teamen aber noch zwei Reihen, ne? Wie viele sind drin? 28. Ja, ich gehabt einfach nicht mehr, dann bleibe ich schnell. 9. Nice. Hi Calvin! Fack, ihr gesprachtet, Junge, was ist das? Ich bin halt. Wollen wir das Team nehmen und links leiten? Jaja, was machen? Wenn wir dran kommen... Danger Lord ist das. Das ist der echte. Juh, alle geben so kranke Hits, Calvin. Aber, Gordon, schau' dem, Junge. Brauche ich davon noch was? Ja, lass mich einfach mal wandern. Pass auf, du bist gerade im Tool geworden. Aber du hast den einen. Kannst du weg? Aber du hast den no clean. Kannst du hier kurz mit mir auskritten? Ich brauche den Muskel ziehen, geh kurz weg. Ich muss hier. Ich muss hier. Ich muss hier. Das hat die gleichen Teile gehabt. Als ob es in der Fight ist. Der andere kommt hinter dir. Oder gibts mir. Ja, nein. Ich komm ihn ein. Ab ihn. Oh, Junge. Fühlt sich nice an, einfach Minecraft zu spielen. Einfach immer noch Geisterkrankung. Kombo sein. Ich hab immer noch keine Dia-Hose. Ich hab 4 Helm, okay. Eine Hose-Spaar. Finde ich nice. Lass uns TP, drop den noch nicht. Ich brauche eine Hose, meine ich. Ach so. Ich hab keine Über. Warte. Nehm uns an, einfach mit Hosen. Muss man hier links clean, Calvin. Ja, fuck. Der hat mir Hits gegeben. Oh, zwei Foodies. Ja, hau ab, hau. Kurz. Oder? Ja, lass mal den Backdown und so. Ich hab wirklich den Level nicht entscheiden können. Irgendwie viel fighten, ja. Lass den anderen als Team fighten. Er schreibt raus nicht. Warte, ich will kurz, äh. Schau bleiben. Ich bin immer noch ein Lowkey. Warte, hilfst du mir? Die anderen fighten. Lass die fighten. Ich bin direkt im Wasser doch. Ich hab Bock. Calvin, pass auf. Ich glaub das zweite Team clean ist hier gleich neben uns. Wie die schon in mich rein geht der eine. He dead. Nur in die Hose. Die anderen clean da hinten. Die anderen clean da hinten. Ich hab 3, Alter. Wie viele Level hast du? Ich glaub 13. Ja, dann nimm du die 16 Level. Was mehr hat sich? Ich hab einen Schwanzig. Hast du gerade aufgesammelt? Ja. Ja, das wäre so schlimm. Schlechtes Timing, Calvin. Oh, warte. Ich glaub der hab mich gepredited jetzt. Was? War der erstmal wieder im Hüten. Nimm einen. Ja, er fliegt einfach. Was ist los mit ihm? Weil können Time Bombs ja explodieren? Oder klatschen der mal nur so? Warte nicht. Mach den mal jemand weg, Calvin. Das low. Oh, Rüpple ist wieder hoch geflogen. Kein Mensch, Bro. Ah ne. Ich mach jetzt das Wasser hier weg. Ja, die sind so schlecht, ne? Hast du Lava? Ja. Wir brauchen Lava für den. Ja, er ist Lava für den. Ja, bau ihn einfach zu. Ja, du ist Wasser, ne? Ja, das ist wieder weg gleich. Bei mir. Ja. Jo, wo fliegt der über lang? Ist so ein Flubi, Alter. Was ist denn los mit ihm? Ich sterb an dem, Calvin. Okay. Ich lass ihn vorankommen. Jo, er wieder ins Loch. Das ist doch so dumm. Der meldte keine Pickel auf mich, glaub ich. Der kommt doch nicht raus. Ja. Jo, ich hab zwei, ist so stark. Der mate hat ne Pickel. Aber er kann Cleans noch nicht abbauen. Das ist ein Bug. Ja, aber er kommt hier nicht raus. Er muss noch einen, ob sie den abbauen. Er hat kein Helm mehr. Feine Liga. Ohne Witz. Er versucht immer noch das Clean Stand abzubauen. Als ob das so funktionieren würde. Ja, wieso ging das nicht? Wollte, lass mich kurz machen. Ja, gut. Ach so, Koppelzone geht auch nicht. Was? Ja, ich kann ja allgemeiner weniger abbauen. Junge, mach's kaputt jetzt. Ärgerlich. Nö, wir haben gewonnen, Mann. Nö, wir sind hier.